Die Pandemie stellte und stellt noch viele Menschen vor enorme Herausforderungen. Vieles musste neu gedacht werden. Auch für die Kirchen der Region war es eine schwierige Zeit. Die Gotteshäuser waren lange Zeit geschlossen, die Menschen mussten anderweitig erreicht werden. Eben dies trägt sich auch bis in die heutige Zeit und in die Zukunft. Jede Kirchgemeinde stellt sich diesen Herausforderungen individuell. Corona hat zum einen eine unheimliche Kreativität hervorgebracht, für die ich sehr dankbar bin, dass Mitarbeitende, Kirchenvorstände, andere Menschen sich überlegt haben, wie können wir Kirche sein, wie können wir die Menschen erreichen, auch in dieser Zeit, wenn wir nicht zusammenkommen können. Es war natürlich auch ein tiefer Einschnitt. Viele hat auch verstört, dass Kirche als nicht systemrelevant wahrgenommen wurde. Manche haben auch angemerkt, dass ihnen die Stimme der Kirche in der Gesellschaft gefehlt hat. Mit Blick auf die Menschen zum Beispiel in den Pflegeheimen, die über Monate nicht besucht werden konnten oder nur sehr sporadisch. Oder über Regelungen, die es kaum noch möglich gemacht haben, Sterbenden beizustehen. Es wurde vielen, vieles abverlangt. Doch die Pandemie war nicht die einzige Herausforderung. Seit Beginn des Jahres treten die Kirchgemeinden von Naunhof über Grimma und Kolditz mit ihren 44 Kirchen als Kirchspiel-Muldental auf. Sie wurden einer Strukturreform in Sachsen unterzogen. Das Kirchspiel-Muldental ist dabei die größte Region im Bezirk Leipziger Land mit Pfarramtsverwaltung in Grimma. Früher hatte dieses Gebiet eine eigene Superintendentur inne, was die Größe des Gebildes gut symbolisiert. Es sind verschiedene Aspekte, die hinter dieser großen Strukturreform stehen. Zum einen, wir werden weniger Gemeindeglieder. Und nach menschlichem Ermessen wird das in den kommenden Jahren auch so bleiben. Das heißt, wir werden auch weniger Pfarrerinnen und Pfarrer und weitere Mitarbeitende im Verkündigungsdienst, vielleicht auch in der Verwaltung. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir denken in der Landeskirche hier in Sachsen, dass die Zusammenarbeit ein Weg sein kann, wie wir dem begegnen. Mehr Zusammenarbeit zwischen den Kirchgemeinden, mehr Zusammenarbeit zwischen den Pfarrerinnen und Pfarrern und allen anderen, die in der Verkündigung tätig sind. Zusammenarbeit auch in der Verwaltung. Das ist nicht leicht, diesen Weg zu gehen. Und gerade jetzt am Anfang ist es wirklich ein beschwerlicher Weg. Große Hochachtung vor allen, die sich dafür einsetzen. Aber ich denke, auf lange Sicht ist es der richtige Weg, um miteinander Kirche hier in der Region im Muldental weiter sein zu können. Es ist viel geschehen in den vergangenen Jahren der Region, nicht nur in Bezug auf Corona. Die Herausforderung ist, das Gute mitzunehmen, auch weiterzuentwickeln, wirklich auch noch weiter innezuhalten und zu fragen, was sind denn auch die Arbeitsformen in der Kirchgemeinde, die für die Zukunft tragen. Aber auch die Kritik sich anzunehmen, dass wir wieder uns bewusst machen, wie sehr die Stimme der Kirche, die Stimme des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft, auch in der öffentlichen Debatte, wichtig ist. Hier und auch in den anderen Regionen stellt man sich diesen Herausforderungen. Die Kirche als Institution entwickelt sich weiter, stellt sich den neuen Gegebenheiten. Mit dem Ziel, eben diese Stimme in der öffentlichen Debatte wieder lauter werden zu lassen.